Der skeptische Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum 301. Mal bei Hoaxilla, dem skeptischen Podcast, wie immer bei mir auch zum 301. Mal hier im Hoaxilla Studio Bavaria, die wunderbare Hoaxmistress Alexa. Klingt gut, gell? Hallo ihr da draußen, willkommen zu dieser neuen Folge und bei mir ist natürlich wie immer zum Glück der wunderbare Alexander Hoaxmaster. Und wann macht man was Neues, wenn man was Neues im Podcast machen will? In der 301. Episode, das erklären wir euch. Ab heute ist alles anders, wir fangen alles ganz von vorne, nein. Wir erklären euch gleich, was wir vorhaben in dieser Episode. Ist tatsächlich ein bisschen anders, aber nötig und vielleicht müssen wir das demnächst sogar mal öfter machen. Machen wir aber gleich, weil Alexa hat eine wunderbare Geschichte herausgesucht. Ich bin auch das lieb, dass du das so sagst. Ich finde die so banal, aber vielleicht ist das auch nur auf den ersten Blick. Gut, wir haben uns vorhin eine Stunde in der Redaktion gestritten, ob wir das als Story der Woche machen wollen oder nicht. Das stimmt. Dann hast du mich am Ende mit dem Nudelholz ein bisschen massiert und ich habe eingesehen, dass es eine sehr gute Idee ist. Boah, nee. Das ist eine wunderbare Geschichte, die macht euch wahnsinnig, genau wie es mich wahnsinnig gemacht hat. Hören wir erstmal rein. Das macht dir seinen Dialog gerade wahr. Das ist aber nicht die Geschichte. Also die Frage ist, sind wir, warum ist das schon wieder so warm? War ich da jetzt? Ich muss jetzt hier auf Stop drücken. Die Story der Woche. Die heutige Story ist so schnell erzählt, dass es mir fast peinlich ist. Wir alle haben wahrscheinlich, oder die meisten von uns haben wahrscheinlich, The Empire Strikes Back gesehen. Moment, dieser Film ist gerade mal 40 Jahre alt ungefähr. Achso, die meisten Leute, die ungefähr so alt sind wie ich, haben den wahrscheinlich gesehen. Genau, kleiner Spoiler-Alert. Wenn ihr noch nicht The Empire Strikes Back von Star Wars gesehen habt, dürft ihr diese Geschichte jetzt nicht hören. Genau. Piep. Genau. So, jetzt weiter bitte. Es gibt da am Ende eine große Konfrontation zwischen Darth Vader und Luke Skywalker und einen Dialog. Und in diesem Dialog sagt Vader, nach ein bisschen Vorgeplänkel, Luke, ich bin dein Vater. Ich kann das jetzt wirklich nicht so gut nachmachen. Danke. Das klingt so ein bisschen wie so ein Nashorn kurz vorm Angriff. Was ist denn heute los? Das war wahrscheinlich die letzte Folge, Huxeler. Egal. Ich fand, das war ein ganz hervorragender Sound-Effekt, den ich ohne Vorbereitung gemacht habe. Das war sehr, sehr gut. Danke, Schatz. So, jetzt sag, was... Hab ich das schon? Luke, ich bin dein Vater. Genau, sagt er. Der Vader in Empire Strikes Back. Das ist die Story. Nicht mehr und nicht weniger. Und ob das stimmt, erfahren wir am Ende der Sendung. Luke, ich bin dein Vater? Richtig. Ob er das sagt? Genau. Stille, Grillenzirpen, Tumbleweed. Ich hab die sprachlos gemacht. Ich feiere das gerade sehr. Weiter geht's. Thema der Woche. Jetzt versuchen wir mal ein wenig, uns wieder einzubremsen. Ja. Also, in der heutigen Episode wollen wir einige alte Folgen, einige alte Themen nochmal aufgreifen, bei denen sich Dinge ergeben haben, neue Erkenntnisse, andere Sachen, die sich grundlegend verändert haben. Und das wollen wir jetzt mal machen. Vielleicht werden wir das zu einem regelmäßigen Element werden lassen, dass wir mal so Folgen machen, in denen wir zurückblicken und andere Folgen aufgreifen. Ob wir das dann immer so einzeln machen oder vielleicht so wie heute mit mehreren Themen, das überlegen wir uns nochmal, passt jetzt aber ganz gut rein. Weil wir auch von euch in den letzten Wochen und Monaten einige Mails bekommen haben, mit Hinweisen zu einem Thema von, ich weiß gar nicht, letzten 14 Tage ganz, ganz viele Nachrichten mit einem Mal. Und deswegen greifen wir das jetzt einfach mal auf. Vielen Dank, dass ihr das macht, dass ihr uns auf solche Dinge hinweist, ohne dass wir jetzt alle einzeln nennen können, die uns da auf Dinge hingewiesen haben. Und das erste, was wir machen müssen, ist nochmal einen Hinweis geben in der Episode zu den fünf schönsten urbanen Legenden oder den modernen Sagen, ja vielmehr wie man es auf Deutsch sagen muss. Da habe ich nämlich in meinem jugendlichen Leichtsinn behauptet, dass Charlize Theron aus Australien stammt. Und wir haben uns auch über die Gefährlichkeit von australischen Tieren ausgelassen und sind dann… Was auch stimmt. Also das mit den Tieren, ja. Sind dann aber völlig zu Recht von einem Journalistenkollegen darauf hingewiesen worden, dass wenn wir dann schon Journalisten wegen so einer Fake-Story kritisieren, wir doch zumindest mal recherchieren sollten, wo Charlize Theron herkommt. Da hat er völlig recht. Das war sehr warm. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Aber nein, sie kommt natürlich aus Südafrika. Was ich auch eigentlich weiß, ich weiß auch nicht, was da in meinem Gehirn falsch verdrahtet war. Und das ist eigentlich auch schon wieder ein interessanter Effekt, weil während du das gesagt hast, ich habe das überhaupt nicht hinterfragt, obwohl ich ständig präsent hatte, dass sie aus Südafrika ist und habe dann einfach so mitgemacht. Und das war irgendwie so nett, darüber zu philosophieren, wie gefährlich Australien ist oder beziehungsweise Flora und Fauna. Und ja, keine Ahnung. Aber spannend und toll, dass ihr uns auf sowas hinweist. Wir werden auch… Stellen wir das natürlich richtig. Genau, wir werden auch, das ist ein bisschen aufwendiger, als man sich das vorstellen mag, weil wir werden diese Folge noch korrigieren. Das heißt, wir werden das im Schnitt auch nochmal anpassen. Da müssen wir es nur auf YouTube tauschen und an anderen Stellen. Das ist ein ganz bisschen aufwendiger. Deswegen machen wir jetzt erstmal eine Korrektur hier in dieser Episode und irgendwann geht die Folge 299. Die war das nämlich nochmal neu ans Netz und dann ist der Fehler da auch gar nicht mehr drin in der Episode. Aber shit happens, manchmal vergaloppiert man sich. Manchmal rollt man auch das Pferd von hinten aus, so wie ich das gesagt habe in dieser Folge. Nicht in dieser Episode, hier sind wir ja sachlich, seriös, sehr unlustig, wie man das ja gewöhnt ist von uns. Und kommen jetzt im Grunde genommen zu den eigentlichen drei Themen der Sendung. Wir können das nochmal kurz zusammenfassen. Wir wollen nochmal mit euch über den Summerton-Mann sprechen, den wir schon mal besprochen haben. Also jemand, der in Australien tot aufgefunden worden ist. Das war in Folge 98, haben wir darüber gesprochen. Nämlich ein Mann, der am Summerton Beach in Australien aufgefunden wurde, ist im Jahr 2012 haben wir die Folge gemacht. Das ist auch schon ein ganz kleines bisschen her. Da gibt es nämlich neue Erkenntnisse und die sind auch sehr, sehr frisch. Da habt ihr uns sehr viele Nachrichten zugeschickt. Wir wollen nochmal auf den Zodiac Killer schauen. Eine Folge auch von 2012. Das ist das Jahr der Änderung jetzt gerade zu sein. Wobei Zodiac Killer die Änderung auch schon ein bisschen älter ist. Ja genau, Zodiac Killer war glaube ich 2020. Ja genau. Auch da gibt es was Neues, was wir nochmal berichten können oder ergänzen können. Also Folge 81. Und wir wollen nochmal reden über die Georgia Guidestones. Das ist ja auch durch die Medien gegangen. Da war ich ja auch vor einiger Zeit nochmal als Interviewpartner bei Deutschlandfunk Nova zu Gast. Auch da wollen wir nochmal ein bisschen hinschauen. Das war dann im Jahr 2017 haben wir uns die Georgia Guidestones angeguckt in Folge 204. Und wenn ihr jeweils die einzelnen Folgen jetzt noch nicht gehört habt, empfiehlt es sich quasi, dass ihr vielleicht einfach nochmal erst die Folge hört und dann das Addendum, was wir euch liefern. Das macht glaube ich Sinn. Weil wir natürlich jetzt nicht alles wiederholen, was wir damals gesagt haben. Sondern nur das, was wir ergänzen wollen. Genau Alexander, jetzt ist natürlich die Frage, womit wollen wir denn anfangen? Ich glaube, wir fangen mal mit dem Summerton Man an. Und dazu muss ich auch sagen, so viel vielleicht noch in der Rückschau. Das Thema ist uns damals auch durch jemanden, durch einen Menschen, der den Podcast gehört hat, zugeschickt worden. Das hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Aber ich weiß noch, dass ich sofort fasziniert war von der Story von einem Mann, der am Summerton Beach 1948 tot aufgefunden wurde. Unter ganz merkwürdigen Umständen. Jemand, der sehr adrett gekleidet war in Anzug und Hemd und so weiter. Und auch irgendwie so gar nicht so wirkte, als sei da irgendwas Merkwürdiges im Gange mit seinem Leben. Sondern einfach wie ein Mann, so ein bisschen Typ Vertreter vielleicht. Ja. Tod aufgefunden, alle Etiketten aus den Klamotten entfernt. Also kein Ausweis dabei, nichts. Also nichts, was irgendwie auf die Identität hätte schließen können. Ja, also ein ziemliches Geheimnis. Und da war natürlich sofort die Frage, in dieser Zeit 1948, war das vielleicht ein Agent im Kalten Krieg und so. Also so viel vielleicht damals noch zu der Geschichte. Jetzt weiß man inzwischen, wer es gewesen ist. Genau. Also einfach nochmal Folge 98 anhören. Auch nochmal schauen. Wir haben da sehr, sehr viele Quellen verlinkt. Da gibt es auch ein paar Dokus und Beiträge zu dem Thema. Das war sicherlich ein sehr, sehr spannender Fall, weil natürlich die Person per se mysteriös war und man tatsächlich bis 2022 im Grunde genommen, als jetzt die Pressemelderteilungen kamen, eben die Identität nicht wusste. Wie hat man das Ganze hingekriegt? Per DNA-Abgleich. Man hatte ein paar Haare, die an der mit Gips abgenommenen Totenmaske geklebt haben. Daher konnte man DNA untersuchen oder konnte man DNA extrahieren. Und dann hat man Leute befragt oder dazu geholt, die wirklich Experten sind darin, DNA-Stammbäume zu erstellen. Also wirklich Genealogie auf der Basis von DNA-Abgleich. Das heißt, die haben das genommen, was sie da extrahieren konnten und haben das mit DNA-Datenbanken abgeglichen. Und hatten dann irgendwann erst 4000 Leute. Und dann haben sie es eben eingegrenzt auf diesen einen Mann, auf diesen Carl Webb und haben sogar noch lebende Verwandte von ihm gefunden und konnten dann per DNA-Abgleich die Identität bestätigen. Was man auch ausschließen konnte, war dann der Verdacht, dass ein gewisser Robin Thompson sein Sohn gewesen sein sollte. Nämlich dadurch, dass man jetzt natürlich die DNA vergleichen konnte. Bei dem Summerton-Man, bei dem damals nicht identifizierten, war ein Zettel gefunden worden. Und auf der Rückseite war eine Telefonnummer. Man konnte dann diese Telefonnummer einer jungen Krankenschwester zuordnen. Joe Thompson hieß die. Die hatte dann einen Sohn namens Robin Thompson. Und man hat dann vermutet über viele Jahre, dass das der Sohn sein könnte. Man hatte dafür keinen Beweis. Und man ist darauf gekommen, weil man die Telefonnummer hatte. Und man hat dann gesagt, na gut, die Frau soll sich mal den Leichnamen anschauen, ob sie ihn erkennt. Sie hat dann gesagt, den würde sie nicht kennen. Aber es gab dann Menschen, die bei dieser Leichenbeschau dabei waren. Die gesagt haben, ah, das hat so ausgesehen, als ob sie ihn erkannt hätte. Da ist bestimmt irgendwas faul gewesen. Jetzt konnte man durch diese DNA-Analysen eben nachweisen, dass Robin Thompson nicht sein Sohn war. Auch wenn man irgendwann zwischendrin gedacht hat, naja, der hat so ähnliche Ohren und Zähne. Und gewisse Gesichtszüge, die vielleicht ähnlich sind. Also all das hat sich jetzt natürlich dann zerschlagen. Was jetzt natürlich spannenderweise überbleibt, ist, jetzt wissen wir, wer der Somerton Man ist. Wir haben aber immer noch keine Ahnung, wie jetzt so ganz genau, wie er verstorben worden ist. Der Tod ist als... Verstorben worden ist interessant, ja. Ja, ich habe gesagt, wie er verstarb oder eben verstorben worden ist. Denn der Tod ist als nicht natürlicher Tod, bis heute klassifiziert. Und jetzt weiß man, wer er ist. Aber man weiß immer noch nicht so ganz genau, woran er gestorben ist. Und das Rätsel bleibt natürlich jetzt bestehen. Man vermutet, dass er in Scheidung war. Oder das konnte man zumindest rekonstruieren, dass er in Scheidung war. Und dass eine Frau, von der er getrennt war, da in Südaustralien gelebt hat. Und jetzt gibt es die Vermutung, nachdem man ihn identifiziert hat, dass er sie nochmal aufsuchen wollte. Aber das ist im Moment pure Spekulation. Da müssen wir mal schauen, ob jetzt die weiteren Ermittlungen, jetzt wo man weiß, um wen es sich handelt, neue Ergebnisse bringen. Man muss jetzt natürlich aber auch sagen, es ist halt schon auch ein ganz kleines bisschen her. 1948, das ist schon auch ein paar Tage her, dass man ihn gefunden hat. Ja, ich muss sagen, ich kann es sehr, sehr nachvollziehen, warum Menschen solche Geschichten eben faszinierend finden. Und es gibt ja auch genug Menschen, die total auf True Crime stehen. Und so ganz kann ich mich davon auch nicht ausnehmen. Ich finde da auch viele Fälle spannend und möchte schon, selbst wenn die lange zeitlich zurückliegen, dann doch irgendwie noch das Geheimnis gelüftet haben. Bitteschön und neue Informationen in regelmäßigen Abständen. Das ist natürlich dann immer eine kleine Sensation, wenn nach so vielen Jahrzehnten doch nochmal so ein Durchbruch kommt. Das ist ja durchaus nicht immer der Fall. Und ich bin halt gespannt, wie das jetzt weitergeht. Man wird ja sicherlich nicht dabei stehen bleiben, sondern jetzt eben versuchen, die weiteren Umstände zu klären. Also da können wir nur sagen, wir bleiben dran und vielleicht müssen wir in ein paar Jahren dann noch ein Update zum Somerton Man machen. Und vielleicht gibt es dann eben noch neue Informationen. Genau. Schauen wir mal, ob dieser Fall sich mit mehr Fakten untermauern lässt. Und das wäre dann so ein klassisches Beispiel, wo man in vielleicht ein, zwei Jahren dann nochmal hinschaut und vielleicht nochmal aktualisiert. Nächster Fall, in dem Fall passt sogar, wäre der Fall des Zodiac-Killers, den wir uns auch im Jahr 2012 seinerzeit mit Lydia Benecke angeschaut haben. In Folge 81 können wir euch dringend empfehlen, euch das auch nochmal anzuschauen, anzuhören vielmehr diesen alten Podcast. Auch hier wieder mit vielen Quellen, wo man sich nochmal reinlesen kann. Vielleicht noch ein paar Infos, damit man es so ein bisschen einordnen kann, das was wir jetzt gleich erzählen. Der Zodiac-Killer hat gewütet in den Jahren 1968, 69 in Kalifornien und hat sich meist an junge Paare oder an jungen Paaren vergriffen und hat wirklich Angst und Schrecken verbreitet dort in dieser Zeit. Und was man auch sagen muss und das ist auch mit ein Grund wahrscheinlich, warum es zwar Verdächtige gab, aber der Killer nie gefasst wurde, ist, es fehlt immer das Motiv. Also das scheint, das hat er ja in den Briefen, die man lesen konnte, auch so angegeben, jemand zu sein oder gewesen zu sein, der einfach Lust am Töten hatte. So schlimm das jetzt klingt und jemanden zu finden, der kein Motiv hat, der einfach sich die Leute zwar nach einem gewissen Muster, aber dann doch in gewisser Weise auch willkürlich raussucht und kein Motiv hat, den kann man halt umso schwerer zu packen kriegen. Der Zodiac-Killer hat Nachrichten versendet an Zeitungen, an die Polizei und hat also immer so ein bisschen mit denen gespielt, wollte Aufmerksamkeit ganz sicher und hat diese Nachrichten teils unverschlüsselt und teils eben auch verschlüsselt verschickt. Und er hat dabei ganz oft das Tierkreiszeichen als Symbol verwendet und auch von sich selber als Zodiac gesprochen und ist dann eben als Zodiac-Killer auch in die Geschichte eingegangen. Man hat relativ schnell eine Nachricht, die er verschlüsselt verschickt hat, noch zu der aktuellen Zeit damals entziffern können. Das war ein Lehrer-Ehepaar, die haben das geknackt und kurz danach hat er aber diesen Cypher 340 versendet und der war halt bis dato ungelöst. Also auch wieder so eine Ansammlung von Zeichen, von Symbolen mit dem Tierkreiszeichen drunter und man wusste halt nicht, wie er das verschlüsselt hat und konnte das Rätsel nicht lösen lange Zeit. Und jetzt kann man nochmal darauf hinweisen, dass in der damaligen Zeit er ja die Briefe an Zeitungen verschickt hat mit dem Hinweis, dass sie veröffentlicht werden müssen, weil er sonst weiter töten würde. Und er hat den Hinweis gegeben, dass sich seine Identität aus diesen verschlüsselten Briefen schließen ließe. Das war eine Forderung. Deswegen war ja jetzt dieser ungelöste Fall, man weiß ja bis heute tatsächlich nicht, wer Zodiac-Killer ist, so spannend und auch diese Briefe weiter so spannend, weil man nicht wusste, ob insbesondere in dieser Cypher 340 eventuell Angaben drinstehen, die zur Identität dann beitragen. Kryptografen der ganzen Welt, sei es Professionelle, die häufig in der IT-Branche arbeiten oder Hobbyisten, haben sich da dran gemacht. Eines der ersten Schreiben ist ja auch von einem Ehepaar, was Kreuzwortwitzel-Fanatiker war in seiner Zeit gelöst worden. Aber diese 340er-Ziffer hat sich als extrem kompliziert dargestellt. Also da haben wirklich Experten für Verschlüsselung lange, 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 lange dran rumgearbeitet. Auch das FBI, das ist ja ein offener Kriminalfall, ist weiter am Arbeiten. Und jetzt passierte 2020, das ist jetzt schon zwei Jahre her, aber dann das Unglaubliche. Ein Team von drei Leuten hat diesen Brief entschlüsselt. Ja, also es war ein Team, das aus Softwareentwicklern und IT-Experten bestanden hat und einem Mathematiker, die Namen sind David Orancic, Jarl van Eyck aus Belgien und Sam Blake aus Australien. Die haben sich also diesen Cipher vorgenommen und haben festgestellt, es ist halt doppelt verschlüsselt. Also die Buchstaben sind durch Symbole ersetzt und dann sind aber auch nochmal die Buchstaben anders angeordnet, also sozusagen herumgeschoben worden. Und man musste da also wirklich, auch wenn das jetzt vielleicht relativ banal klingt, sehr, sehr lange dran herumprobieren und das Ganze durch Computerprogramme und durch Apps jagen, bis man also ein Ergebnis hatte. Wenn ich das richtig verstanden habe, war es wohl, dass die im Dreieck rotiert und verschoben waren, die Symbole. Und man musste also erstmal rausfinden, dass es ein Dreieck ist im Grunde genommen und dann natürlich die Rotationen herausfinden. Wir werden euch da ein paar Artikel zu verlinken, da könnt ihr euch da nochmal reinlesen, wie das genau erklärt wird oder was heißt genau erklärt wird, aber zumindest so, wie es dann der Presse erklärt wurde. Klingt zumindest schon aufwendig und gut, hat ja jetzt dann auch fast 50 Jahre gedauert. Genau und man kann sich übrigens ein YouTube-Video von dem David Orancic angucken, das werden wir euch auch verlinken, indem er das beschreibt, wie sie das Rätsel gelöst haben, was ganz spannend ist, also der hat unheimlich viel Fachwissen auch zu den anderen Cyphern und es lohnt sich überhaupt seinen Channel mal anzugucken. Ich kann ja mal die Nachricht, die dann letztlich zum Vorschein gekommen ist, vorlesen. Ich hoffe, dass ihr bei euren Versuchen, mich zu fassen, viel Freude habt. Eckige Klammer auf, das in der Fernsehshow war ich nicht, was einen Punkt von mir aufwirft. Eckige Klammer zu. Ich habe keine Angst vor der Gaskammer, weil diese mich noch schneller ins Paradies befördern wird, weil ich nun genügend Sklaven habe, die für mich arbeiten, wo keiner sonst welche hat, wenn er im Paradies ankommt, sodass sie alle Angst vor dem Tod haben. Ich habe keine Angst, weil ich weiß, dass mein Leben nach dem Tode im Paradies ein leichtes sein wird. Klingt jetzt ziemlich grauslich, zynisch und eiskalt. Ein interessantes Detail, was in dieser Botschaft dann noch im englischen Original zu finden ist, dass er das Wort Paradies falsch schreibt. Das hat er immer getan, das hat er mit C geschrieben. Einfach so ein Spleen. Nicht nur war das doppelt verschlüsselt, sondern es waren halt auch noch Fehler drin. Aber einen Hinweis aber dafür, dass es eine authentische Nachricht war. Also das, was wir jetzt euch gerade erzählt haben, ist inzwischen vom FBI auch bestätigt worden. Also das ist wirklich gelöst. Also vor zwei Jahren ist das dann irgendwann bestätigt worden. Und diese Inkonsistenz Paradies mit einem C zu schreiben, passt eben zu den anderen Sachen, die der geschrieben hat. Ein Hinweis darauf, dass er deswegen tötet, weil er im Paradies Sklaven haben möchte, kommt nicht von ungefähr. Auch das hatte man schon von ihm gehört. Insofern scheint es eben richtig zu sein und ist ja auch bestätigt vom FBI, dass die Nachricht authentisch ist. Oder dass sie tatsächlich so in dieser Form gelöst ist. Jetzt ist natürlich weiterhin die Frage, lässt das in irgendeiner Form auf die Identität schließen? Nein, wohl eher nicht. Also das FBI sagt weiterhin, die Investigation ist ongoing. Also die Untersuchung ist nicht abgeschlossen. Es gab auch letztes Jahr zwischendurch mal Leute, eine Gruppe von Code-Breakern, die gesagt haben, wir haben die Identität auch rausgefunden tatsächlich von diesem Zodiac-Killer. Ein 40-köpfiges Team, das zum Beispiel aus ehemaligen FBI-Personen, aus Wissenschaftlern für Verbrechensaufklärung und ehemaligen Code-Knackern aus dem Staatsdienst, so wird es hier in diesem Artikel, den wir euch verlinken, beschrieben, besteht. Und die haben einen inzwischen verstorbenen, 2018 verstorbenen US-Flieger und Anstreicher dafür verantwortlich gemacht, der Zodiac-Killer zu sein. Und sie haben dazu auch Beweise entdeckt oder sie meinten Beweise entdeckt zu haben, zum Beispiel eine Uhr, die mit Farbspritzern bekleckst war und die auf einem Militärstützpunkt gekauft wurde. Und die von der Polizei nach dem Mord an einem der Opfer gefunden wurde. Also wenn das FBI sagt, das reicht uns nicht, dann ist das natürlich auch irgendwie wieder klar. Es kann sein, dass das ein Hinweis ist auf dem weiteren Weg der Aufklärung oder Untersuchung, aber da müssen wir halt ganz klar sagen, das hat dem FBI, hat den Behörden nicht gereicht, um zu sagen, jo, ist akzeptiert. Das war der Zodiac-Killer. Wir können hier nochmal ganz kurz den Bezug zu der Gaskammer und dem Fernsehen nochmal ganz kurz herstellen. Da war es nämlich so, dass irgendwann in der damaligen Zeit jemand im Fernsehen angerufen hat und gesagt hat, er hätte, also man müsse ihm helfen, er sei der Zodiac-Killer und er hätte so Angst vor der Gaskammer. Und mit diesem Schreiben hat dann offensichtlich der echte Killer darauf reagiert. Das ist halt nur das Problem, dass das erst 50 Jahre später ans Licht des Tages kam, dass der echte Zodiac-Killer davor keine Angst hatte und dass dieser Mensch im Fernsehen dann offensichtlich nicht der echte Zodiac-Killer gewesen ist. Interessant ja ohnehin, dass da so ein reger Austausch zwischen Presse und dem Zodiac-Killer stattgefunden hat, denn es hat ja sogar Versuche gegeben, ihn anzulocken, indem jemand selber einen Cypher veröffentlicht hat, so wie der Zodiac-Killer das gemacht hat. Um dann zu erreichen, dass er eine Telefonnummer anruft, die da in diesem Cypher angegeben war und sich irgendwie stellt. Und es gab Anzeigen, die von Journalisten geschaltet wurden, Zodiac-Killer, bitte melde dich, wir garantieren das und das, aber melde dich bei uns, wir wollen mit dir reden, du wirst auch gut behandelt. Also das war ein Fall, der unfassbar viel Aufmerksamkeit erzeugt hat und kein Wunder, dass da Leute in irgendwelchen Fernsehshows angerufen haben, die von sich behauptet haben, der Killer zu sein. Das ist ja auch ein Phänomen, das man aus anderen Fällen kennt, also Trittbrettfahrer oder Leute, die sich eben als Killer ausgeben. Und das stiftet natürlich noch zusätzlich Verwirrung, bindet Personal und macht die Ermittlungen schwieriger. Aber der Fall ist nach wie vor nicht ganz gelöst, aber vielleicht ist ein weiteres Puzzlestückchen jetzt zumindest da und kann irgendwann in den kompletten Fall eingesetzt werden. Ich lese gerade hier noch die alte Folge 81, die lohnt sich also in jedem Fall, falls ihr die noch nicht gehört habt. Ich lese nämlich auch gerade, dass wir da noch einen Gastbericht von Holm Hümmler haben, der auf der QuedCon 2012 in Manchester gewesen ist in dieser Episode. Also ganz spannend, auch nochmal die ganze Geschichte. Und da gibt es natürlich auch nochmal einige Quellen und Links. Wir werden aber die entsprechende Ziffer 340 auch nochmal unter dieser Episode verlinken, aber eben noch mehr Quellen gibt es dann auf der Seite, Unterseite zur Folge 81, Zodiac Killer. Also auch wieder etwas, vielleicht erleben wir ja noch, dass der Täter identifiziert wird. Das wäre dann sicherlich das zweite Addendum wert in Bezug auf den Zodiac Killer. Jetzt müssen wir nochmal auf das dritte Thema eingehen. Ein Thema, was wir dann 2017, viel später, aber auch schon wieder vor fünf Jahren, das ist wirklich unglaublich, besprochen haben. Nämlich die Georgia Guidestones in Folge 204 haben wir über die gesprochen. Und die sind ja auch relativ mysteriös. Man hat es dann so das Stonehenge von Amerika genannt. Also da kriege ich jedes Mal Bauchschmerzen, wenn ich das höre, aber gut. Sehr, 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 sehr übertrieben natürlich. Und es waren Granitblöcke in Georgia, die da aufgestellt worden sind mit im Grunde genommen zehn neuen Geboten in Anführungsstrichen in mehreren Sprachen. Und das Mysteriöse daran war, dass man nicht wusste, eventuell weiß man es ein bisschen besser, kommen wir gleich zu, wer diese Steine überhaupt in Auftrag gegeben hat und welche Intentionen sich am Ende hinter diesen Steinen verbirgt. Das war ein Rätsel, da haben sich Verschwörungstheoretiker, muss man in dem Fall tatsächlich sagen, oder Menschen, die sich Verschwörungserzählungen ausdenken oder sich damit beschäftigen, natürlich ein gefundenes Fressen war. Es war für den Landstrich eine Touristenattraktion, die immer wieder auch Touristen angelockt hat und jetzt wirklich vor nicht allzu langer Zeit am 7.7. in der Nacht sind die dann, ist einer der Steine, muss man sagen, gesprengt worden. Und man hat dann im Nachgang, also erstmal hat man sie gesprengt, man wusste dann gar nicht, was passiert, man hat dann aber hinterher gesehen, wie eine Person etwas dahinstellt und ein weißes Auto was wegfährt, sodass also die Polizei auch in der Region davon ausgeht, dass es sich hier tatsächlich um einen Bombenattenthal auf dieses Monument, nenne ich es mal, gegeben hat. Und wenige Tage später hat man dann gesagt, das ist jetzt vom Einsturz gefährdet, schaut euch gerne auf der Homepage nochmal an, wie das ausgesehen hat und man hat jetzt das gesamte Monument auseinandergenommen, hingelegt, zerstört im Grunde genommen und die Georgia Guidestones sind nicht mehr existent. Was da drauf steht, fand ich eigentlich auch schon immer so ein bisschen zwiespältig, ich war eigentlich nie der Meinung, dass das so eine tolle Touristenattraktion ist. Klar, ich meine die Leute in der Gegend sind da natürlich stolz drauf und das ist halt auch so die Granit, das Granitzentrum von den USA, irgendwie, sagen sie zumindest. Und man ist da wahnsinnig stolz auf seine Granitarbeiten und jetzt natürlich unfassbar wütend auch, dass das Ding zerstört wurde. Aber wie gesagt, also was da drauf steht, halte ich auch teilweise für so ein bisschen fragwürdig. Also halte die Menschheit unter einer halben Milliarde in fortwährendem Gleichgewicht mit der Natur, länge die Fortpflanzungweise, um Tauglichkeit und Vielfalt zu verbessern. Genau, da kommen wir ja schon in die Eugenik hinein, genau. Ja und dann halt auch solche Dinge, dass man sich irgendwie gegen die Regierung auch wendet, also unnütze Government Officials sollte man nicht haben und all solche Sachen. Und das war halt einerseits relativ vernünftig, so was da drauf stand und man hat ja auch manchmal so die Theorie gehabt, dass das vielleicht einem Wiederaufbau der Gesellschaft nach einer Zerstörung dienen sollte. Also so ein paar Regeln, die man beachten sollte, wenn man so eine Gesellschaft neu aufbauen will, Kalter Krieg und so weiter. Genau, sind dann 1980 hingestellt worden, insofern gab es ja die Vermutung, vielleicht soll das Richtlinien sein, falls es dann doch zum, falls der Kalte Krieg heiß wird und der Atomkrieg dann die Menschheit nahezu ausrottet, wie man sich dann neu aufstellen kann. Aber es war eben uneindeutig, also da gab es ein paar Sachen, wie du schon sagst, die so ganz friedlich klingen, Welt und Mensch im Einklang, das ist ja alles eher so New Age, die haben sich davon angezogen gefühlt. Und dann, wie du schon sagst, mit Fortpflanzung und solchen Geschichten, wo sich dann eher, ja, auch Menschen, die sich mit Rassenlehre und solchen Dingen gerne mal beschäftigen, die auch angezogen gefühlt haben. Vielleicht hat das ja auch diesen Reiz ausgemacht. Mit Sicherheit. Vielleicht nicht auf uns, aber das war halt so, wie soll man sagen, ambivalent. Dass du da alles, also du kannst es halt aus vielen Richtungen für dich vereinnahmen. Und jetzt reden wir ja vom unfassbar ultrakonservativen Georgia, tiefrot. Damit meint Alexa jetzt nicht SPD, sondern republikanisch. Achso, nein, nicht im Sinne, also nicht Kommunismusrot. Die Republikaner in den Vereinigten Staaten stehen für die Farbe rot, das muss man immer wieder sagen. Nicht jeder liest jeden Tag acht Stunden. Also es ist ein Red State und kein Blue State, was der dann hieße, er sei eher den Demokraten zugeneigt. Genau. Davon reden wir. Und es gab jetzt in den Wahlen zum Gouverneursposten eine Kandidatin. Ja. Man muss sagen Außenseiterkandidatin. Zum Glück, also die, die dann mehr Chancen hatten, die waren jetzt nicht so viel besser. Die konnten die gruseligen Sachen, die sie so von sich gegeben haben, vielleicht etwas netter verpacken. Und es gab eine, die wirklich hervorstach in dieser ganzen Misere, die die republikanische Politik in den USA ist. Und zwar Candace Taylor. Genau. Candace, ich habe wirklich Stunden damit verbracht, sie auf Twitter finden zu wollen, weil ich den Namen immer falsch, nein, weil ich den Namen richtig geschrieben habe. Na, so wie man ihn, wenn man Englisch sprechen kann, eigentlich schreiben würde, so müsste man es ja sagen. Ist aber nicht. Genau. Candace schreibt sich K-A-N-D-I-S-S. Genau. So, ich wiederhole, K-A-N-D-I-S-S. Taylor. Taylor ist dann wieder normal, also so wie man das so kennt. Die hat gesagt, ich schreibe mir auf die Fahnen in diesem Wahlkampf, weil ich Gouverneurin werden möchte, dass unter meiner Ägide die Georgia Guidestones, die von der satanischen New World Order hingestellt wurden. Und dafür stehen, dass die ganzen USA im Satanismus versinken, nicht mehr sind. Ich werde die abreißen, wenn ich Gouverneurin bin. Sie tweetete, das muss man sich mal vorstellen, das können wir euch natürlich auch verlinken, am 2. Mai 2022. Also jetzt muss man, es gibt ein wunderbares Bit von der John Oliver. Wer Englisch spricht, soll sich das bitte anschauen, das ist nämlich ganz wunderbar. Aber für alle anderen, sie hat in ihrem Wahl, also sie war absolute Außenseiterkandidatin. Sie hat glaube ich auch drei oder vier Prozent. Mit vier Komma noch was Prozent hat sie dann aus der Wahl hervorgegangen. Als dritte, also überhaupt keine Chance auf die Gouverneursposition. Sie hat aber in ihrem Wahlkampf gesagt, dass sie zehn Executive Audits ins Leben rufen wird und hat neun davon veröffentlicht. Und hat gesagt, die zehnte, das wird ne ganz dicke Nummer. Die Welt verändern. Hat also tatsächlich auf Twitter auch einen Countdown gehabt und auf ihrer Homepage. Und hat dann am 2. Mai 2022 ein Video veröffentlicht, in dem es dann darum geht, was ihre Executive Order 10, also die zehnte, dann sein sollte. Und ich versuche das jetzt mal zu übersetzen, sie schreibt nämlich, sie sei die einzige Großbuchstabenkandidatin, die mutig genug ist, gegen die satanische Kabale aufzustehen. Die luciferianische Kabale. Die luciferianische Kabale, ja. Also demolish, alles in Großbuchstaben, deswegen betone ich das so. Und dann gibt es dieses Video, das werden wir euch verlinken, guckt es euch an, tiefster Südstaaten-Akzent, diese Frau, der Knaller. Und dann steht da noch drunter, unterstützt mich, also join me in my fight, unterstützt mich in meinem Kampf, sie abzureißen. Tear them down, als Hashtag auch noch. Zwei Anmerkungen noch zu diesem Tweet, in dieser Rede von einer satanischen Verschwörung in den USA und in dem Wort Kabal, also Kabale, stecken antijüdische Verschwörungsmythen. Da hört es mal ganz kurz auf, lustig zu sein, weil das satanische Verschwörung hindeutet auf den ganzen Komplex von QAnon. Ich will es jetzt an dieser Stelle, du müsstest eigentlich sagen, mach es kurz. Mach es kurz, aber eben, Hörer, wissen da wer, HörerInnen, wissen da natürlich mehr. Genau, QAnon und das Wort Kabale ist eigentlich schon antijüdisch eingefärbt. Also das kann man sich auch an anderer Stelle nochmal von uns genauer erklärt anhören und das sagen wir auch in unseren Vorträgen zu antijüdischen Verschwörungsmythen und antijüdischen Chiffren. Denn es ist ja nicht offensichtlich unbedingt für jeden, dass sich das gleich um antijüdische Verschwörungsmythen dreht, hier mit diesen Stichwörtern. Das vielleicht noch so als Anmerkung, das ist natürlich dann auch immer mit einem sehr, sehr schalen Beigeschmack versehen alles. Also diese ultrakonservativen Leute in den USA schrecken nicht davor zurück, antijüdische Motive ganz offen zu verbreiten und das ist sehr, sehr ungut. Das vielleicht noch so als Anmerkung. Jetzt müssen wir natürlich ganz klar sagen, sie hat dann auch hinterher einen, also nachdem dann die Sprengung stattgefunden hat, die sie, ich will jetzt nicht sagen zwingend leugnet, aber sie deuten, dass sie nicht die Einzige im Bible Belt, das als Zeichen Gottes um. Also Gott hätte sie quasi mit einem Blitzschlag vernichtet, diese Georgia Guidestones und sie ist dann natürlich relativ schnell, weil das hat sie im Mai im Wahlkampf, als sie das gepostet, hat auch immer wieder das sozusagen vor sich her getragen, wie so eine Monstranz, die Vernichtung der Georgia Guidestones. Und als dann diese Sprengung stattfand, war es natürlich völlig klar, was passiert. Presse, Verschwörungsgläubige, alle haben sich auf sie gestürzt in den sozialen Netzwerken und haben gesagt, aha, gucke mal, hat sie sowohl gesprengt, wenn sie sie nicht abreißen konnte. Sie hat dann relativ schnell ein Video hochgeladen, in dem sie sagt, wer mir das unterstellt, den werde ich verklagen, mit der vollen Macht des Gesetzes verfolge ich sie. Also insofern auch einfach nur mal zur Sicherheit, wir glauben nicht, dass Candace Taylor die Steine gesprengt hat, das muss man mal ganz klar sagen. Aber was wir hier sehen und erleben ist natürlich, wie das Benutzen von anti-jüdischen Chiffren, das hast du gerade schon sehr schön geschrieben, aber das Verbreiten von Unsinn und irgendwelchen Verschwörungserzählungen im Grunde genommen ganz klare Auswirkungen und Konsequenzen auf unser gesellschaftliches Leben hat. Und wenn es Politiker sind, die das tun, egal welcher Couleur, wenn sie sich damit sozusagen, wenn sie das zu ihrem Parteiprogramm benutzen, sich entfernen von Realpolitik und wir erleben es in den Vereinigten Staaten ja zunehmend und beobachten, also wir im Huxilla HQ beobachten es mit großer Sorge, in einen religiösen Wahn hinein steigern. Dann hat das Konsequenzen auf die Bürgerinnen und Bürger eines Landes, vor allen Dingen auf die, die unentschlossen sind, die vielleicht nicht ganz trennen können zwischen Religion und Staat und all solchen Geschichten. Oder nicht trennen wollen. Oder nicht trennen wollen, die gibt es auch, aber man kann damit Menschen radikalisieren und das ist ein Riesenproblem, denn Fakt ist, irgendwer hat das Ding in die Luft geschwenkt. Jetzt kommt aber allerdings, John Oliver, du hast es gerade schon gesagt, noch so eine Petitesse dazu, denn ich habe eingangs schon gesagt, und das kann man sich in unserer Folge zu den Georgia Guidestones nochmal anhören, es weiß jetzt tatsächlich keiner mehr, es wusste nur eine einzige Person, wer der Auftraggeber der Georgia Guidestones war. Nämlich der Chefmanager der damals dort ansässigen Bank, Direktor ist das deutsche Wort, so. Und der musste in einem Vertrag versichern, dass er das nicht preisgibt, er hat sich da auch Zeit seines Lebens dran gehalten. Also diese Person wusste, wer wirklich der Robert C. Christian ist, der dieses Auftrag gegeben hat. Also das war das Pseudonym, man wusste nicht, wer dahinter steckt oder weiß nicht, wer dahinter steckt. John Oliver hat gesagt, die haben herausgefunden, dass es dann in 2018 einen Film eines 2010er Jahre eine Dokumentation eines wiedergeborenen Christen gegeben hat, der sich mit den Georgia Guidestones beschäftigt hat. Die haben diesen Bankdirektor, als er damals noch lebte, aufgesucht und haben den so lange belabert, dass der irgendwann eine Kiste aufgemacht hat, wo sozusagen die Dokumente und Schriftverkehre, weil es auch einen relativ regelmäßigen Schriftverkehr dann auch immer gab, weil es auch darum ging, dass ja regelmäßige Zahlungen erfolgen mussten für die Pflege und Versorgung der Georgia Guidestones. Und dort sagt, dieser Filmemacher in seiner Dokumentation wäre deutlich geworden, dass ein Dr. Herbert Kersten, Kersten geschrieben, also vermutlich ein deutschstämmiger, hinter dem Pseudonym sich verborgen hat und dass das der Auftraggeber gewesen ist. Jetzt wird es interessant, denn Dr. Herbert Kersten ist unter anderem dadurch aufgefallen, dass er den, wie sagt man denn, Chef, den Vordenker, wie auch immer, des Ku Klux Clans mehrfach in Leserbriefen, Artikeln lobend erwähnt hat. Und man heute sagt, naja, der wird eben dieser Bewegung des Ku Klux Clans sehr, sehr zugetan gewesen sein. Und wenn man sich jetzt dann diese zum Teil ambivalenten Zitate anschaut und sagt, eventuell sind das also Ideen des Ku Klux Clans, die sich dahinter verbergen, dann wird es schon ein bisschen spannender. Genau, vielleicht noch eine Anmerkung zu David Duke, das ist nämlich alleine schon mega gruselig. Der Typ ist sowas von offensichtlich ein Neonazi, war mal Leiter der Knights of the Ku Klux Clans und war einmal zu einer gewissen Zeit Abgeordneter des Repräsentantenhauses von Louisiana. Das heißt also, dass Menschen, die extreme politische Ansichten vertreten bis hin zu Verschwörungsmythen und wirklich menschenverachtendes Zeug von sich geben, in der Politik, in der relativ normalen Politik in den USA aktiv sind und Ämter innehaben, kommt nicht erst seit gestern vor. Nicht erst seit Marjorie Taylor Greene, die ja ganz offen QAnon-Anhängerin ist. Die übrigens auch die Georgia Guidestones für sultanisches Welt hat. Ja, natürlich verteufelt hat. Ja klar. Warum sollte sie das nicht tun, so wie sie drauf ist. Ja, also das nur mal so nebenbei. Leute mit solchen Ansichten sind in der Politik aktiv und ich meine, wir haben, ich schimpfe jetzt nicht nur auf die USA, wir haben dieses Problem auch in Deutschland, wenn ehemalige Leiter des Verfassungsschutzes ganz offen Verschwörungsmythen verbreiten und rechtsextremes Zeug und menschenverachtendes Zeug. Und schlicht und ergreifend eigentlich für die gesamte Politik untragbar wären und trotzdem in der Öffentlichkeit stehen, interviewt werden, sich äußern und weiter gehört werden. Ist das natürlich hier ein genauso schlechtes Zeichen wie in den USA, aber jetzt an diesem konkreten Fall ist natürlich eher David Duke via Dr. Herbert Kirsten beteiligt und deswegen erstmal fokussieren wir uns auf ihn. Und was man jetzt dann natürlich feststellen kann, ist, dass im Grunde genommen, wenn man sich diese rückständige, so nenne ich sie jetzt, Politik anschaut, für die zum Beispiel eine Candace Taylor steht, eigentlich wäre die jetzt gar nicht so weit weg gewesen, wenn es denn dann Herbert Kirsten, der Ku Klux Klan gewesen sind, die da die Steine in Auftrag gegeben hat. Also das heißt, man hat auch noch keine Täter, keine Täterinnen identifiziert, die die Bombe dort platziert haben könnte. Man ist sich aber einig, dass das eine Sprengung gewesen ist, um das nochmal zu sagen, es war jetzt kein Akt Gottes, wie es jetzt auch inzwischen schon wieder kolportiert wird, sondern ein ganz klarer Anschlag. Der übrigens, weil das im Grunde genommen in dieser Konstruktion als öffentliches Gebäude und in, ähm, 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 öffentliches Eigentum, das war es, was ich gesucht habe, mein Gott, ich habe immer so viele englische Artikel gelesen, äh, in Atlanta ist, bis zu 20 Jahre Gefängnis, wenn man eben eine Bombe, das ist ungefähr, kann man sich vorstellen, als ob man eine Bombe in einem Gericht platzieren würde und das Gericht dadurch zerstört finden würde. Das ist so die Dimension. Das heißt, das ist jetzt auch kein dummer Jungenstreich und insofern ist die Polizei natürlich daran interessiert, hier, ähm, die Täterinnen, wie auch immer, zu identifizieren. Das bleibt ein spannender Fall. Wir können mal gucken, wie es weitergeht. Kann mir auch vorstellen, dass man da irgendwann, äh, tatsächlich vielleicht die Schuldigen finden wird und dann können wir ja mal schauen, ob es da zu einem Prozess kommt. Auch das werden wir uns weiter anschauen, aber natürlich, wenn, wenn die jetzt zerstört sind, de facto, äh, und du kannst gleich noch was sagen, du hast einen Artikel rausgesucht, wie jetzt so die, die Einwohner das finden, dass die nicht mehr da sind, äh, dann ist es natürlich jetzt eine Ergänzung wert der Folge 204, weil, sind halt nicht mehr da. Ja, die Täter reizt uns. Ich hatte das ja schon eingangs mal erwähnt, also die Leute finden das natürlich eher so semi, dass ihre Touristenattraktion weg ist, ähm, man hält natürlich auch viel oder große Stücke auf diese Granitarbeiten in der Gegend und, äh, es gibt auch ein Interview mit dem, äh, Bürgermeister von, jetzt muss ich, äh, Elderton, glaube ich, ähm, muss ich nachschauen, ähm, ähm, von Elderton, der sagt, äh, es ist natürlich irgendwie schrecklich, wenn dann unserer, unser Symbol hier in der Gegend auf einmal zerstört wird. Und es gibt eine Dame, die sich auch so ein bisschen, äh, die arbeitet für die lokale Zeitung oder gibt die lokale Zeitung heraus, äh, die sagt natürlich, das hat auch Auswirkungen auf den Tourismus, also man wird jetzt sicherlich sehen, dass weniger Leute kommen, es kann natürlich auch sein, dass sich viele Leute jetzt irgendwie den Ort der Zerstörung angucken wollen und dahin pilgern, keine Ahnung, aber unter Umständen kommen halt auch weniger Touristen in die Gegend, die dann natürlich auch wieder Einbußen finanzieller Natur bedeuten. Und ich finde, das macht den Fall halt auch so, ich möchte fast sagen, wunderbar komplex, dass diese Steine eventuell von rechtslastigen, rechtsgerichteten Leuten mal irgendwann in Auftrag gegeben wurden. Und eigentlich auch so ein bisschen ungut sind, aber auf der anderen Seite, wenn sie dann zerstört werden von Leuten, die glauben, dass das die satanistische Verschwörung gewesen ist. Und die aus dem rechtskonservativen Spektrum unter Umständen stammen in den Waldschalen. Genau, und dann etwas vernichtet haben, was auch aus dem rechtskonservativen Spektrum stammt. Und das dann aber wiederum negative Konsequenzen für die ach so geliebte Gegend und die Infrastruktur und die Wirtschaft dort hat. Hm. Interesting. Also genug der Schadenfreude, ist halt auch wieder doof. Aber, nee, eigentlich bin ich doch ein bisschen schadenfroh. Es tut mir furchtbar leid. Interessanter Fall. Wir werden euch das Bit von John Oliver unter die Folge hängen. Wir werden euch die betreffenden Sachen von Kenneth Taylor verlinken. Guckt es euch an oder lasst es bleiben. Je nachdem, wie ihr gerade so drauf seid, in welcher Gemütsverfassung. Und damit haben wir dann mal so drei alte Themen zusammengefasst. Aktualisiert. Kann euch jetzt beruhigen. Das wird nicht ständiges Ding sein. Aber die Georgia Guidestones, Summerton Man und auch die Mates, die wir immer mal wieder zum Zodiac Killer bekommen haben. Das wäre halt schade, wenn sowas verpufft. Und jetzt haben wir gesagt, wir machen das mal. Dann machen wir es aber auch anständig und recherchieren es anständig nach. Ich freue mich schon jetzt auf das Update Area 51. Es war doch alles wahr. Ja, also die UFO. Ancient Aliens. Die UFO-Gläubigen haben. Wir haben uns geirrt. Also die Alien-Gläubigen, nicht die UFO-Gläubigen. Die Alien-Gläubigen haben heute gerade wieder auf YouTube rumkommentiert, dass sich alle Gesetze ändern würden. Und wir seien ja Realitätsverweigerer. Und wir würden schon sehen, wenn da die Akten demnächst alle aufgebracht werden würden. Ich bin mal sehr gespannt. Also wie gesagt, ich bin der Erste, wenn wir profunde Beweise und haltbare Beweise für außerirdisches Leben haben, bin ich der Erste, der sofort eine Sendung aufnimmt. Da nehme ich mir sogar einen Tag Urlaub für, damit die schnell veröffentlicht wird, wenn ich es dann noch machen muss. Aber ja. Take me to your leader. Take me to your leader. Genau, die landen bei mir im Vorgarten. Gab es das eigentlich wirklich im Film? Im Spiel? Ich weiß es nicht. Im Film, im Spiel? Das ist doch auch so ein geflügeltes Wort. Wo kommt das eigentlich hin? Egal, dann machen wir auch mal eine Folge. Jetzt müssen wir uns über The Empire Strikes Back unterhalten. Und auch hier kann man Pause machen. Wenn man jetzt das noch nicht gesehen hat, kann man schnell sich viereinhalb, vier, drei Viertelfilme angucken. In doppelter Geschwindigkeit. Vielleicht. Also nur, dass ihr dann jetzt nicht sagt, wir haben euch alles verdorben, zur Sicherheit. Aber Alexa, ich will es jetzt von dir hören, was damit gemeint war, was du vorhast. Die Auflösung Heute machen wir es vielleicht mit der Auflösung mal ein bisschen anders. Ich kann schon mal verraten, dass dieses berühmte Luke, ich bin dein Vater, ich versuch's jetzt nicht nochmal. Nein, 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 aus dem Film. Im Film so nicht gesagt wurde von Darth Vader. Und auch nicht in der englischen Version. Weder in der deutschen, noch in der englischen Version, noch überhaupt. Sonst irgendwie, wir erinnern uns nur alle. Ich auch übrigens daran, dass sich das genau so abgespielt hat. Hören wir doch mal rein in den Dialog. Der hat mir gesagt, dass sie ihn umgebracht haben. Ich bin dein Vater. Ja, schon spannend. Sag da nicht. Und viele Menschen glauben, dass er das so sagt. Genau. Es handelt sich hier um einen sehr interessanten Effekt, dem ich dann offensichtlich auch zum Opfer gefallen bin. Denn ich war der festen Überzeugung, das genau so gehört zu haben im Film. Es handelt sich um den Mandela-Effekt. Und das klingt jetzt erstmal ungewöhnlich, hä, wie, was, Nelson Mandela, was hat der denn jetzt mit Star Wars zu tun? Der Effekt bedeutet letzten Endes, dass eine Journalistin mal festgestellt hat, dass sich ganz, ganz viele Leute zu erinnern meinen, dass es so in den 1990er Jahren eine große Begräbnisfeier für Nelson Mandela gegeben hat. Also, dass der gestorben ist im Gefängnis und dass er dann begraben wurde und dass das sogar im Fernsehen übertragen wurde. Und die Leute haben da erstaunliche Details zutage gefördert in der Erinnerung. Und das Ganze war wirklich verankert im Bewusstsein bei vielen Leuten. Ist aber falsch. Nelson Mandela ist 2013 gestorben im Kreise seiner Familie und nicht im Gefängnis. Und es gab auch eben damals keine Begräbnisübertragung. Aber wie gesagt, das hat sich irgendwie ins Bewusstsein der Leute reingefräst. Und es gibt noch andere sehr, sehr interessante Beispiele dafür. Ein Beispiel dafür ist übrigens, das wird gerne als Trotteligkeit definiert, dass George Bush Junior dann irgendwann gesagt hätte, er hätte gesehen, wie das Flugzeug in den Turm eingeschlagen ist. Und wir wissen heute, dass es diese Aufnahmen erst viel, viel später gegeben hat. Und dass er das zu dem Zeitpunkt, wo er das gesagt hat, gar nicht hätte sehen können. Und da haben ja auch verschwörungsgläubige Menschen dann sofort Geschichten draus gesponnen. Auch das ist so ein Mandela-Effekt, den man sich vorstellen kann. Und Alexa hat dann noch einen spannenden Effekt rausgesucht bezüglich eines Musikstückes. Und da haben wir dann auch ein bisschen hin und her recherchiert und haben gesagt, stimmt das, was im Internet steht? Das stimmt doch gar nicht. Und es hat sich dann doch herausgestellt, dass es doch stimmt. Es geht nämlich um das Lied We Are The Champions von Queen. Genau, wir singen jetzt nicht. Und wir alle haben im Ohr das ganz am Ende des Lieds. Also wenn sich wirklich alles ins Unermessliche steigert und alle sich in den Armen liegen und das Lied mitgrölen. We Are The Champions. Nein, lass es. We Are The Champions. Und nochmal ein, ich kann so nicht arbeiten, nochmal ein Off The World kommt. Genau, dass das Lied mit Off The World endet. Endet, komplett endet. Und wir können euch sagen, tut's nicht. Nee, tut's nicht. Ganz am Ende kommt das nicht vor. Aber das wollten die Leute so gerne haben, dass sie bei allen Konzerten, wo das gespielt wurde, das natürlich am Ende immer noch mit dran gehängt haben. Und irgendwann hat Freddie Mercury gesagt, okay, wenn die das alle so haben wollen, ist es halt auch doof, wenn die alleine falsch singen, dann mach ich eben mit und hat das dann nochmal hinten dran geflanscht. Und dann war es halt bei den Konzerten mit dabei. Ganz am Ende. Genau, also hört's euch an. We Are The Champions. Wichtig wäre natürlich, dass ihr euch da eine alte Version anhört und auch keine Live-Version von dem Stück. Am besten von dem Album direkt News Of The World. Da ist das Stück drauf. Und wenn ihr da das Stück bis zum Ende hört, könnt ihr bei 2.45 ungefähr reingehen. Und dann werdet ihr feststellen, dass man, selbst wenn man es hört und erwartet, möchte man selber Of The World. Genau. Aber ist gar nicht. Wäre ja auch so schön, aber ist halt nicht. Und das ist halt ganz, ganz spannend, dass das nicht der Fall ist. Übrigens, News Of The World, das Plattencover, hat mich als Kind schwer beeindruckt, als ich das gesehen habe. Ja. Aber andere Geschichte. Also das sind jetzt natürlich eher so lustige, na gut, das mit Nelson Mandela ist kein lustiges Beispiel, aber das waren jetzt eher so leichtere Beispiele. Das Ganze kann natürlich auch wirklich Konsequenzen haben für zum Beispiel Gerichtsverfahren, wenn es um Zeugen aussehen. Also diese gefälschten oder verfälschten Erinnerungen, von denen wir überzeugt sind, dass sie genau so stattgefunden haben, aber die komplett fiktiv sind. Das ist dann natürlich schon eine Hausnummer, wenn es darum geht, Verbrechen aufzuklären. Aber im Falle von Luke und dem zurückschlagenden Imperium war es nicht ganz so schlimm. Genau. Damit sind wir am Ende der 301. Episode von Huxilla und alle diejenigen, die jetzt in 301. nicht hineingehört haben, da können wir nur sagen, hört es euch nochmal an. Wir haben große Pläne und hoffen, dass wir das gemeinsam mit euch umsetzen können. Selbstständigkeit komplett. Huxilla als Beruf. Das erklären wir alles in 300. Die erste ist nur acht Minuten lang und ich kann sagen, heute auf einem Sonntag nehmen wir das auf und wir haben 300. Die erste am Freitag veröffentlicht. Und bisher ist das Feedback nahezu überwältigend, was wir mitbekommen. Vielen, vielen Dank an euch. Ich kann jetzt nicht sagen, hurra, ich kann morgen den Job an den Nagel hängen. So sind wir noch nicht unterwegs. Aber die Tendenz ist schon, dass viele von euch sagen, wir wollen das unterstützen. Wir wollen, dass Huxilla langfristig sichergestellt ist und dass wir Zeit haben, das noch besser zu machen, Huxilla. Und wie gesagt, hört es euch an. Für alle, die da jetzt schon für sich persönlich eine Entscheidung getroffen haben. Vielen, 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 vielen Dank für die lieben E-Mails, die wir bekommen haben. Nachrichten auf allen möglichen Kanälen dazu. Großartig. Das ist besser, als wir uns das erhofft haben. Und wir hoffen, dass dieser Trend einfach weitergeht und dass wir so Richtung Ende Oktober vielleicht tatsächlich mit euch zusammen Korken knallen lassen können, weil wir sagen, das geht sich aus. Vielleicht noch so ein, zwei technische Dinge, die ich einfach nochmal sagen will. Es gibt jetzt eine ganze Reihe von Menschen, die anfangen, was sie vorher nicht gemacht haben, uns über Paypal auch was rüberzuschieben. Eine Person, die ich jetzt nicht namentlich nennen will, macht das tatsächlich jetzt immer so, dass es nach jeder Folge, die gehört wird oder angeschmissen wird, das kann ich nicht verifizieren, dann Euro per Paypal kommt. Das finde ich total super cool. Und da freue ich mich ganz doll drüber. Und wie gesagt, bei unseren Hörerzahlen, wenn das jeder machen würde, dann müssten wir anfangen, die Hälfte des Geldes mindestens zu spenden, weil es so viel wäre. Aber das ist genau das Prinzip. Das funktioniert super. Ich will hier nochmal den Hinweis geben, weil ich glaube, das irritiert manche Menschen. Ihr könnt uns als Freunde sehen bei Paypal. Wenn ihr nicht wisst, was ich meine, habt ihr das noch nicht benutzt, glaubt es mir einfach. Ihr könnt anhaken, Freunde, weil wir nicht in einer geschäftlichen Transaktion miteinander stehen. Und ich sag mal, ein Euro unter Freunden ist ein Euro. Ein Euro als Geschäftsantragsinteraktion bedeuten, dass 33 Cent davon an Paypal gehen. Nur mal so als kleiner Hinweis. Wichtig dabei, damit keiner sich jetzt komisch fühlt, das könnt ihr natürlich so entscheiden, weil ihr sagt, ich finde auch den Service Paypal super, dann sollen die halt ein Drittel des Geldes bekommen. Gar kein Thema. In der steuerlichen Betrachtung der Nummer wird das alles voll versteuert. Also egal, ob dann in dem Beispiel ein Euro kommt oder 67 Cent bei uns ankommen. Alles, was wir einnehmen, wird versteuert. Da haben wir eine super Steuerberaterin. Wir haben dann ein System gefunden, dass sie das alles versteht. Also das nur als Hinweis, das ist also jetzt nicht illegal oder so, uns als Freunde bei Paypal zu bezeichnen, weil ihr nichts kauft von uns. Das ist einfach nur der normalen Aspekt, den wir euch geben wollen. Und die Frage, die uns auch gestellt worden ist, das fand ich auch einen sinnvollen Gedanken und eine Frage, ob wir nicht irgendwie uns als gemeinnützig darstellen könnten, damit wir auch Spendenquittung oder sowas ausstellen können. Das wird nicht gehen, weil natürlich, wenn zwei Menschen selbstständig von etwas arbeiten, das in keiner Weise irgendwas gemeinnütziges ist. Wir sind uns alle einig, dass das, was wir tun und was wir machen wollen und die Tatsache, dass wir das alles kostenfrei halten wollen und das jetzt nicht an Spotify verkaufen wollen und dann können es nur noch Abonnenten hören, dass das irgendeinen gemeinnützigen Charakter hat, aber nicht steuerlich und nicht vor den deutschen juristischen Systemen. Insofern auch das nochmal, da haben wir auch uns schlau gemacht, schon vor langer Zeit mal, weil das natürlich super wäre für den einen oder anderen. Das geht leider in dem Fall nicht. Das waren jetzt nochmal so ein paar Randinfos und wer jetzt sagt, worüber redet der Mann? Einfach nochmal 300 die Erste hören. Und es macht uns nach wie vor weiter Spaß. Ich kann auch nochmal sagen, was so mit Geld passiert, was bei Huxela ankommt. Und weil das ist jetzt gerade hier in unserer neuen Wohnung hier in Arschkirchen in Bayern im Voralpenland ganz fantastisch. Wir nehmen jetzt hier gerade in einem Raum auf, den wir Studio 1 nennen. Das ist auch das Studio, in dem die Kamera stehen, wenn wir das Ferngespräch machen oder den Pärchenabend oder wenn ich mit Sophia gemeinsam alle bekloppt die Psychologenstunde mache, dann ist das immer alles im Studio 1. Aber wir waren jetzt inzwischen in der Lage, auch durch Dinge, finanzielle Mittel, die wir von euch bekommen haben, das reinvestieren wir natürlich auch in Dinge, ein Studio 2 jetzt zu haben. Einer der Gründe für den Umzug. Unsere Wohnung ist jetzt größer und es gibt jetzt ein Studio 2, in dem Alexa jetzt tatsächlich in den letzten Tagen und Wochen unter anderem zum Beispiel das Hörbuch von Fakt und Vorurteil aufgenommen hat. Den Buch von Holm Hümmler und Ulrike Schießer. Und Alexa kann dann auch im Studio 2, hat sie halt ein Arbeitsplatz, hat ein richtiges Studio inzwischen, kann da auch schneiden und kann da Dinge produzieren. Und das ist für uns hier als Huxela, als Firma einfach fantastisch, dass wir jetzt hier im Grunde genommen zwei Möglichkeiten haben zu arbeiten. Parallel. Parallel, das haben wir alles nicht gehabt in Hamburg. Einer der Gründe, warum wir auch umgezogen sind, weil wir jetzt hier mehr Möglichkeiten haben. Und das ist fantastisch, ein Studio 1 zu haben, ein Studio 2 zu haben und dann wisst ihr auch, was mit dem Geld passiert. Also da wird nicht nur, ich hätte jetzt, das sage ich nicht, also da werden nicht Luxussachen gemacht oder Urlaube von gekauft, sondern wir stecken das natürlich auch ins Projekt mit rein. So, mal so als kleinen Ausblick. Vielleicht können wir auch mal irgendwann die nächsten Foto vom Studio 2 mal posten in den sozialen Netzwerken. Sowieso eine gute Idee. Folgt uns auf Twitter, Instagram, Facebook. Ich glaube, das sind so die Hauptkanäle. Es gibt auch Fotos von den Skeptikats. Da gibt es dann immer mal Fotos von den Skeptikats. Skeptikats ist auch schüß. Skeptikats. Ja, das wäre dann ganz doll dran. Und ja, wir freuen uns von euch zu hören, zu lesen. Wenn ihr uns schreibt, ich habe jetzt bei Instagram und Facebook endlich die Einstellungen gefunden, ihr kriegt jetzt demnächst automatisierte Nachrichten, dass ihr uns lieber eine E-Mail schreibt, weil wir gucken bei diesen Netzwerken, wenn wir nicht miteinander befreundet sind, selten rein. Wenn man nicht befreundet ist oder wenn ihr der Hoaxilla-Facebook-Seite eine Nachricht schickt, müssen wir sehr, sehr aktiv in drei Untermenüs reingehen, um dann diese Nachrichten zu finden. Wenn ihr was loswerden wollt, schreibt uns lieber eine E-Mail oder eher noch twittert uns an. Die meisten Sachen, die dann mal kommen, sind ja auch gar nicht geheim und könnten vielleicht auch andere Leute interessieren. Aber idealerweise Themenvorschläge, Anregungen, Fragen, jetzt auch im Sinne von, was ist für euch am besten, was soll ich in den Betreff eines Dauerauftrags reinschreiben, all solche Geschichten, macht es am allerliebsten per E-Mail, weil dann kommt es zentral bei uns an und dann können wir das zentral abarbeiten. Sonst besteht die große Gefahr, dass Nachrichten, die ihr uns schickt, nicht gesehen werden oder sehr, sehr spät erst gesehen werden, weil es einfach zu viel an zu verstellen ist. Wir müssen das ein bisschen kanalisieren. So, das war jetzt Housekeeping. Ich glaube, das nennt man Housekeeping. Und ein riesen, riesen Dank an euch da draußen, die ihr uns dieses Projekt möglich macht und dafür sorgt, dass wir mit so viel Freude, wie man vielleicht heute gehört hat, Spaß und Freude dabei sind. Ja, ich freue mich einfach wahnsinnig auf die nächsten Jahre mit euch. Und ich werde mich jetzt an den Schnitt machen, sodass diese Folge noch natürlich im Juli erscheint. Das hat echt schon Tradition. Ihr kennt das schon. Und natürlich ist eine der Ideen, wenn alles aufgeht, dass wir tatsächlich so eine Art Sendeplan machen und verlässlicher, nicht immer alles am Monatsende knubbelt sich, sondern so ein bisschen regelmäßiger dann auch die Folgen kommen. Das ist auch für uns besser. Schauen wir mal, ob wir das gemeinsam alles hinbekommen. Euch alles Gute da draußen und natürlich… Bleibt gesund und uns gewogen und guter Dinge. Und natürlich immer schön skeptisch bleiben. Tschüss. Wieso spreche ich denn anders? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich plöpfe auch nicht. Nein. Der Huxilla Podcast ist ein kostenfreies Projekt und soll das auch immer bleiben. Das ist uns sehr wichtig und du kannst uns dabei helfen, so wie das schon viele andere tun. Vielen Dank dafür. Huxilla unterstützen geht dabei ganz einfach. Zum Beispiel durch einen kleinen monatlichen Dauerauftrag von einem Euro im Monat auf unser Geschäftskonto oder via PayPal. Wie das genau funktioniert, seht ihr auf Huxilla.com unter dem Punkt Unterstützen. Schickt Fragen, Anmerkungen oder Feedback an info-at-hoxilla.de. Und wenn ihr mögt, dann bewertet uns doch bei iTunes oder einer der anderen Podcast-Seiten, die uns führen.